hallo jetzt jetzt machen wir letzte runde schon gemacht aber jetzt noch mal ich bin noch mal pilot pilot also ohne titans wir möchten noch ganz gerne ein bisschen unsere waffen level über die multiplayer waffen level einfach das beste ja ich sehe nichts ja du kannst dir das ja einstellen was du für ein pfg da drin haben will ich nenne es einfach mal pfg ich hatte mir nämlich jetzt mal diesen dolch da genommen der die sind so nahe im pfg da aber mit diesem greif haken war ich eben auch vor die passen also ich habe auch gerade den mit dem ja wo kommt der denn jetzt her kommt er aus der ecke gelullert wie so ein kleiner geier ich war gar nichts nein ist allerdings noch dabei unser spezialist der ist ja eben abgegangen war ich zieh mich so schwer mit dem ranzoomen und die leute treffen hat im moment herf nicht mal so eine call-of-duty-skins ich habe vor dir ja erlebst du noch nenne ich bin dann der holt mich auch noch ja der war schon hälfte down war der eigentlich hier doch ein bisschen aneignen also dass das ähnliches anders hier als bei call of duty das ist um auf tv black ops 3 war schon schnell aber das ist doch schneller hier kommen die gegner von allen seiten die mussten immer in bewegung bleiben öffnen ja ich glaube ich muss mir nochmal tribes installieren muss sie installieren treibs 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 kennst also aktuell ist äh treibs estern tab letzter das ist auch frei das war auch ein schnelles ding hello ding hier kann was heißt das denn karten hack festgestellt warum oh man oh man oh man da zwei und das ist ich hier nix ja also sobald ich in den zoom gehung den weg schießen würde ich bin schon tot gar nix und von hinten kommt was ja alles manchmal musst du gar nicht in den zoom gehen ja ja also aus der hüfte schießt schießt manchmal auch sehr sehr ja muss ich mir mal angewöhnen jetzt huhu ich hab einen der erste hier aber wenn du gerade denkst du bist in die richtigen richtung oh na wein ey blowpike die was ist mit hier ey der macht ja so unsichtbar was ist das denn du dumme sau ey ich hab den pass da kommt der noch wieder und dann kriegt er nicht pro hat er davor stehen leute ich bin von Probegriff von ich hab schon schneller nachladen ich bin noch zu langsam mit dem nachladen ey unfassbar ich hab die ganze Zeit nur fein kontakt ja fein fein ja ich hab noch ein letztes zuge gekriegt ja ich hab noch mal ich hab noch mal ganz kurz was zu kriegen angekippt ich hab noch mal ganz kurz was zu kriegen angekippt ja verstarke waffe hast du jetzt nicht mit gerechnet oh man das ist schon geiles game auf jeden nein oh man der eismann der eismann der eismann der eismann der eismann und der eismann ich habe nicht viel geschafft aber wir haben gewonnen Die Ender bin doch auf, ey! Schreibe einen! Achter, das Schiff muss er laufen! Der ist weggeflogen! Ich hab's gesehen! Da muss man mit Bartikken, glaub ich, weg draufschießen! Der ist wieder letzter, alter, unfassbar! Ja guck mal, ich hab nur zwei Kinder sehen! Ich hab einen! Ganz schlecht! Egal! Hauptsache, es macht Spaß! Ja! Und vor allem in dem Modus, man levelt seine Waffen super schnell! Ja, das ist auf jeden Fall! Und das ist natürlich sehr vorschrifft! Ja gut, meine lieben Leute! Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da! Schaut zur nächsten Folge vorbei! Schaut bei Richard vorbei! Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal! Haut rein! Ciao, ciao!